Guten Abend beim Wülder. So lösen wir in Richtung Frühstück. Wir behalten aber die Mülltemperaturen durch eine südwestliche Strömung. Und plus passiert in der Nacht ein Kalfront in Lützeburg. Die bringt so ein bisschen gefiesem Smatze. Temperaturen der Leihentisch 7 und 8 Grad. Mit dem Morgen ist auch hier noch ein bisschen rehn. Meistlich nur noch, aber mit drüben und noch befreundlich. Hier in der Sonne ist bei Temperaturen um 10 Grad. An dem Barometer ist es noch immer heiß bei 1026 Hektopascal. Und das den Allwies oder den Alli, den wir nehmen. Und wir wünschen uns ganz viel Glück.